Gucke da sind. Neun Lava-Eimer reinmachen. Drei Glas wie ein... Was? Drei Glas wie ein Eimer? Ähm, hab ich noch Eimer, Leute? Guckt mal. Ich brauche noch Eimer. Wo kriegen wir noch Eimer her? Habe ich echt keine Eimer mehr? Ist ja mega mies. Oh, eine Fackel weggeworfen. Dann brauche ich jetzt erstmal... Ähm... Da. Äh, da machen wir uns jetzt noch Eimer. Falsch. Also, wie viel Lava-Eimer brauche ich denn, Leute, um da unten alles voll zu kriegen? Ähm... Ich nehme mal vier. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht. Dann holen wir mal noch Lava jetzt da unten. Okay. Das machen wir auch, Melon. Ihr dürft ihn dann auch wiederbeleben, aber das Ei wird bei mir abgeholt. Nicht einfach so. Das ist für jeden da. Ich werde erstmal das Ei nehmen. Dann besprechen wir, wie wir das machen. Mit dem Wiederholen und so weiter. Heute erstmal Eimer und dann ist gut. So. Slash Home. Wie baue ich das Ei denn ab, dann, Leute? Das mache ich dann schon. So. Wo ist der Seppi? Seppi, du brauchst ein Holzboot. Hast du ein Boot dabei? Mal. So. Das passt, das passt. Die Eimer nehmen wir auch mal mit. Ja, wenn du jetzt noch was verzaubern würdest, Seppi, sonst nicht. Ich habe ja auch 25 Level. Wenn nicht, kannst du dich einfach wieder in der Netherfarm dahin stellen. Also, mir sind in Anführungsstrichen die Level auch egal, weil du könntest jetzt noch Sachen verzaubern, solange wenn du willst, aber ich schütze meine 25 Level auch nicht. Ha, jetzt. Du schlägst es einmal und dann ist es auf Endstein. Dann platzierst du eine Fackel darunter und baust den Endstein ab. Dann droppt es. Und dann kann man das einfach wieder benutzen, Angie, damit man den Enderdrachen immer wieder rufen kann. Warum brauche ich denn so viele Lava-Eimer, Angie? Das ist ja krank. Dann gehe ich doch lieber nachher da hinten suchen. Ich dachte, es reicht. Was? Für eine 9er Strecke brauche ich 8 Stück? Für eine 9er Strecke brauche ich 8 Stück. Ach so, wir gehen ja nicht, Leute. Wir machen heute nur den Enderdrachen, Angie. Man braucht das Ei nicht wieder zu beleben, okay. Ja, meine ich doch. Eine Unendliche mache ich dann. Ja, gut, Leute. Ich mache erst mal eine Unendliche und dann machen wir es größer. Ja, das ist es. So. Spezi, hei. Hi, hier stehen sie alle schon. So, wartet mal. Unendliche Lavaquelle dürfte dann ja so gehen, wartet mal. Ich denke besser von oben. Äh, da brauche ich vier für, ne, Leute? Die müssen ja dann so und so, oder? Hä, warum geht das denn nicht? Wow, passt auf, Leute. So, das passt jetzt, ne? Hat noch einer Lava einmal dabei, Leute? Problem ist, wenn ich das jetzt aufmache, dann wird's nicht besser. Obwohl, eigentlich ist das, warum, brauche ich überhaupt das Lava, Leute, da drunter? Oder kann ich die Ender-Augen einfach so reinhauen? Muss das da drunter sein? Fahre ich mich gerade. Was ist das denn? Trank der Sprungkraft und Trank der Feuerresistenz? Ja, kein Problem, Seppi, du brauchst keine Angst haben. Ich warte eher auf alle, bis alle da sind, die auch mitmachen wollen. Menestra, wir gehen durch das Portal, wenn das gleich fertig ist. Ich erkläre das. Wenn ich gleich wieder da bin, ich brauche nur einmal Lava. Warte mal. Ich erkläre das sofort, einen Moment. Wir müssen gleich die restlichen Ender-Augen reinmachen. Und dann, äh... So. Ich grab mal eben da Lava, Leute, einen Moment. Habe ich noch Dings, ja. Damit ihr auch was sehen könnt. Momentchen. Im Moment, muss ich einmal auf meinem Handy gucken. Ich habe das Projekt gestern an eine Bewerbung geschickt. Also das, was ähnlich ist wie Liro. Okay, das freut mich. Ne, warte mal. Hier müssen wir einen wieder hinmachen. Das passt noch nicht. Das passt noch nicht. So, weiter runter. Hier ist aber ordentlich was los. Mit Eisen und so. Hm, 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 hm. So. Einmal Licht. Dö, dö, dö. Äh, nein, auf dem Server heute nicht. Ja, das kommt erst Sonntag. Was ist hier los? Hä, wo bin ich denn hier, Leute? Warum ist die Erde? Welten Gold? Goldheit? Okay. Okay. Aber das ist ja mega erfolgreich hier so mit dem Farm. Leute, warum finden wir denn? Auf welcher Höhe sind wir denn? Wir sind auf Höhe 8. Oh, da ist eine Höhle vielleicht. Ach, laber doch nicht. Ist das hier immer noch die Höhle? Krass, wie groß. Tatsächlich. Ja, Leute, hat einer noch? Labereimer zur Verfügung. Ranskai, ich brauche noch Lava, ist das Problem. Ich möchte gerne die Fläche da unten ganz haben. Also ich warte sowieso nur auf die anderen Leute noch, dass alle da sind. Aber ich brauche hierfür noch Lava, dass da die Fläche komplett ist. Sechs Eimer, um genau zu sein. Hat einer noch Lava? Malone, ich dachte eigentlich, dass du lang genug dabei bist. Ich antworte nicht auf Flüster im, ähm, Dings im Stream. Die lese ich nicht durch. Wenn, dann musst du hier offiziell schreiben. So. Wie viele sind denn jetzt schon hier, von denen die mitwollen? 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ach, der Skylight will auch mit. Wo ist er? Wo ist der Skylight? Wie sind alle schon hier stehen? Ist der Seppi mittlerweile hier? Wo ist der Seppi? Ist der Seppi überhaupt online? Mal gucken. Ja. Oh, Oni ist auch wieder online. Das muss nicht voll sein mit Lava. Okay. Wieso kannst du das nicht im Chat schreiben? Man kann alles im Chat schreiben. Ist der Seppi da? Jo. Doch, da ist er. Da ist der gute Seppi da. Sind alle da? Sind alle da? Da ist er.